Ein Volkswagen EOS steht hier zum Verkauf. Das braune Cabrio ist zweitürig und bietet Platz für vier Personen. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei unter 49.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Ende 2010. Das Cabrio bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie Navigationssystem, Sportsitze, elektrische Fensterheber, Tagfahrlicht, Multifunktionslenkrad und vieles mehr. Unter der Haube gibt der Benziner eine Leistung von 122 PS an das Schaltgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei 6,7 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017